Oh mein Gott, wie lost Danny. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das habe ich doch gerade genau so gesagt. 1, 2, 3, Crewmate. Willkommen zu einer weiteren Folge von Crewmate, meine Freunde. Das Originalspiel im 2020er Update. Heute widmen wir uns verschiedenen Aufgaben, die wir auf dem Raumschiff erledigen können. Mit dabei ist heute Imposter Miki. Was? Miki ist Crewmate? Ach so, der spielt aber wie ein Imposter. So Leute, dann schauen wir mal ganz kurz hier. Hier eine weitere Aufgabe, die wir haben. Karte swipen. Bin ich sehr stark drin? Bin ich sehr stark drin? Ja, ein bisschen zu schnell gewesen. Fabo will mich, glaube ich, bringen. Soll ich gleich Knopf drücken? Ich habe so viele Tasks gemacht. Sollten wir vielleicht machen, oder? Wo? Äh, ich bin Mephet reingelaufen. Da waren Veni und Mephet. Ihr seid doch nach oben gelaufen, oder nicht? Ich bin nach oben gelaufen, habe dann Dings gemacht. Hier die Kabel oben links. Und dann bin ich zu Admin gegangen. Also, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Wir haben zu wenig Input. Wir haben zu wenig Input. Und die waren auf jeden Fall nicht an dem Buch von Veni beteiligt, weil ich Veni kurz vorher noch gesehen habe. Als ich nämlich von Storage über die Cafeteria nach Navigation gelaufen bin, habe ich Veni da an der Seite stehen sehen. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Trimax und Miki? Ja, die waren es sehr unwahrscheinlich. Ich würde gerne kurz wissen, wo Fabo war. Ich bin die ganze Zeit in Storage im Kreis gelaufen, weil ich die letzten zwei Runden direkt immer als erstes gelaufen bin. Und ich wollte nicht sch***. Hat das wer gesehen, dass Fabo das nicht gesehen hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war gerade in Storage. Das ist jetzt schwierig. Also, dass der Imposter direkt Veni ausgeschaltet hat. Das ist gigasmart. Oh, Unge. Ich weiß ja nicht. Ich sch***e Unge auf keinen Fall, Alter. Ist Tim hier noch ein Medbay drin? Ich habe nicht mehr viele Aufgaben. Das ist nochmal Kabel, glaube ich. Ja, wir drücken nochmal Emergency Meeting, Digga. Das macht sonst keinen Sinn, Leute. Okay, ich wollte nur mal gedrückt haben, weil es sehr lange her ist. Und ges*** sind Fabo und Shiggy. Ja, und Shiggy war bei Rebi die ganze Zeit am Anfang. Ja, ich habe mich aber allerdings oben aufgehalten bei Weapons und bin dann Medbay. Habe auch noch gerade gesagt, ist Tim schon aus Medbay raus? Und bin dann selber nochmal hin und muss jetzt da 50 Sekunden warten, bis man eine Probe durch ist. Ich habe noch eine Aufgabe Reaktor, dann wäre ich theoretisch durch. Ich habe aber auch gerade Aussagen. Einer war gerade noch bei mir, wo ich gedrückt habe. Ich glaube, Danny. Ja, Danny kam gerade noch zu mir. Ansonsten habe ich keinen gesehen. Und ganz kurz, Simon. Ganz kurz, wenn ich was einwerfen darf. Wenn du mich jetzt verspeckst, ist es... Wenn du mich verdächtigst, wäre es ja dumm, dass ich jetzt gedrückt hätte. Sonst hätte ich ja fröhlich weitermorden können. Also, ich bin immer jemand, der viele Aufgaben macht und dann drückt. Das ist meine Taktik. Da habe ich von dir abgeguckt. Das kann doch nicht sein. Ich muss auch ganz kurz sagen, ich war mit Micky zusammen rumgelaufen. Fabo kann es nicht gewesen sein, er hat das Licht wieder angemacht. Ja, vielleicht hätte er selber rumgebracht. Das zweite Mal, das zweite Mal war es Reapers. Ich habe Reapers auch wieder dabei gesehen, wie er das Licht angemacht hat. Reapers kann es auch nicht sein. Mir fällt gerade was ein. Mir fällt etwas ultra wichtiges ein. Ich bin zuerst mit Unge und Tim gelaufen. Bin dann bei Mad Bay rein. Unge ist mir hinterher und dann wieder raus. Und ich bin alleine, weil ich dachte, ich will da nicht mit denen sein. Und ich habe Simon tatsächlich nicht mehr gesehen, nachdem Tim verschwunden ist. Also, ich werfe es nur mal so in den Raum, dass Simon auf jeden Fall auch nicht ganz unschuldig sein muss. Und es würde auch passen, es würde auch mit Veni passen, dass Simon direkt Veni... Ich bin nur noch am reden, ich bin nur noch am reden, du Affe. Du bist in Mad Bay reingelaufen, aber viel zu kurz. Ich bin doch noch am... Ich musste nur den Knopf drücken für die 50 Sekunden. Es passt auch, dass Veni direkt gestr***en ist, weil Simon ein bisschen Erfahrung in dem Game hat. Und Veni hat direkt weggeknifft. Und ich bin Reven und Matra wahrscheinlich. Ach, Digga, Digga, jetzt glaubt man wieder Unge. Der lügt die ganze... Sein ganzes Leben lang lügt ihr nur, Leute. Ja, klar. Matra beschuldigt auch Reven nicht. Das kommt auch gut hin. Es ist so... Also, Digga, das ist auch wieder keiner checkt. Das ist auch wieder keiner checkt, Mann. Alle Aufgaben durch. Hallo? Nein. Ich hab aber gerade auf Camps was Interessantes... Och doch. Ich hab auf Camps gerade was... Oh, Digga, lass mich doch mal ausreden, Mann. Ich hab gerade meine letzte Aufgabe gemacht. Und gerade bei Camps beobachte, dass Unge die ganze Zeit gesondert von den anderen rumgelaufen ist. Also gesehen, in der Gruppe hab ich Trimax, Miki und Reapers. Danny und Unge hab ich nicht gesehen. Und da ich Unge eben schon tatsächlich... Wen hast du nicht gesehen? Danny und Unge. Und da ich Unge eben schon mal ein Zass vor Ort reingesucht hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass Unge es ist. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, wie lost Danny. Wie dumm, Danny. Okay. Danny, ist das dein Ernst? Machst du erst beide nicht gesehen. Ist das dein Ernst? Alter. Reapers. Ey, Reapers und Trimax. Wenn ihr das jetzt wirklich votet, dann hasse ich euch. Ich weiß nicht. Ich war, nein, nein, ich war nicht so da dran. Ich war nicht so da dran. Ich wäre nicht mal... Ja, Danny, ja. Danny ist safe. Ja, dann lasst Danny voten. Also Danny, raus. Ja, votet mich danach raus, gerne. Reapers, du bist so dumm, Digga. Oh mein Gott, was ist passiert? Wie kann das sein? Dann war es Reapers? Die gewinnen jetzt wegen Oxygen, ne? Ja, Reapers, ich liebe dich. Holy... 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 Reapers. Ich liebe dich. Was? Wenigst mir das schon öfters. Ich bin einfach hier, Alter. Mach das Spiel für mich nicht mehr auf mein Herz. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Entweder ich werde es gek***t, oder ich bin es. Moin. Moin, ich habe den Buddy von Tim... Ich bin es. ...von Shiggy gefunden bei... Storage. An dem Panel. Ja, aber ist gut, dass Tim da drauf ist, weil er ist der... Wer war bei mir in Navigation? In Navigation war ein Unge, Chef, Niki. Nein, Unge war bei mir. Nee, ich war Chef. Ja, ihr wart total in der Nähe von Navigation. Nee, wir waren uns. Ey, Veni, da wird sich der Ort direkt daneben. Bei mir war gerade noch ein grüner. Ich glaube, Veni oder Unge war gerade noch bei mir. Revi, Revi, das ist nicht gerade auf die Frage. Wer ist direkt nach dem Spawn? Wer ist runtergelaufen? Ich. Ja, voll raten. Ich war Admin drin und habe Card Swipe gemacht und bin dann Storage rein und habe dann den Leiche gefunden. Bei mir war... Aber von unten kam noch jemand. Ein grüner Skin. Entweder Veni oder Unge. Unterhalb dieser Kisten. Das kann nur Veni gewesen sein. Ich bin rechts durchgelaufen. Ihr habt mich dort gesehen. Ich habe euch dort aufgezählt, wer auch rechts bei Navigation in der Nähe war. Miki, Unge und Chef. Bin dann unten rein, habe den Müll gemacht. Und ich habe nichts von der Leiche, vom Kilo oder von dem Report oder irgendwas mitbekommen, dass es für mich in der Nähe war. Aber Revi sagt, er hat mich gesehen. Und ich war halt in der Task. Du warst aber nicht, du warst nicht, das habe ich genauso gerade gesagt, dass... Na, Digga, das habe ich doch gerade genau so gesagt. Ich habe doch gesagt, dass er nah an mir dran war, Bro. Jetzt haben wir uns gewauten, dann wissen wir gleich nicht auf einem oder zwei Imposter raus, wenn wir uns gar nicht sicher sind. Ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich chillen. Ich kann das als Imposter nicht, ich kann das nicht. Fabo muss jetzt einen killen einfach. Hallo, ich habe aufs folgenden Grund gedrückt. Revi ist mir hinterher gelaufen, dann wollte er mich kurz twitten, hat er gesehen, in Fabo kommt und dann ist er wieder weggelaufen. Und Fabo, hat er dich eingeschlossen? Und an der Tür warst du bei Madbay? Ich bin in Madbay drin, ja. Ja, er hat dich eingeschlossen in der Tür. Ich wollte gerade bei Madbay reinlaufen, die Tür war zu, Bro, um die Aufgabe zu machen. Nein, weil Revi ist zwar heim. Also, Revi, du hast die Tür zugemacht. Ich habe, Digga, als ob ich Türen zu machen als Imposter, Digga. Nee, das stimmt, das stimmt, das ist eigentlich schon zu viel für Revi. Es ist niemand gestorben, lass mal skippen und weiterspielen. Wir haben gut viele Tassen, schlupfen. Ja, Digga, Tass auf Revi, lass noch mal gucken, was passiert. Ich bin auch immer mit zu Idioten gematcht, Alter. Fabo ist auch so geisteskrank bad, Junge. Digga, mein eigener Imposter-Made schließt mich ein. Der schließt mich ein, der Idiot. Bro, es sind zwei Leute gestorben. Ich weiß, wer es ist, ich weiß, wer es ist. Revi, was machst du da, was machst du mal mit Fabo und mir? Du läufst rechts, links, rechts, links. Ja, Bro, weil ich verwirrt bin, Alter. Weil ich schiss habe, dass einer von euch das halt ist. Ich bin gerade die ganze Zeit mit Anni gelaufen. Ich bin gerade die ganze Zeit mit Anni gelaufen. Ja, ihr beide seid es auch. Anni und ich. Anni hätte mich easy killen können. Ich habe eben Reaktor Hand draufgelegt. Ich war drin. Ich habe die anderen nicht gesehen. Es muss doch Revi sein, weil Veni doch in Verdächtig ist. Entweder war es Revi oder Revi. Nein, 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 nein. Warum das denn, Digga? Ich war doch die ganze Zeit gerade bei Anni. Ja, wir skippen jetzt, aber es kann nur Revi und Anni sein eigentlich. Ich habe jetzt Revi gevotet, ups. Ja, Bro, als wäre das nicht fast genug, Alter. Weil Veni halt tot ist. Ja, über-cringe. Nein, nein, nein. Revi. Nein, nein. Ich war so close. Ich habe es gesehen. Ich war so close. Ich war so close. Ich war so close. Aber Revi hat einfach... Ich verstehe auch nicht, warum ihr nicht Revi geboren habt. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Junge. Ja. Stark gemacht. Ich weiß nicht, aber! Stark gemacht! Naja... Schätzchen, ich hab's geschafft, ich bin. Ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin vor, ich bin nicht leid. Ich war... Ich hab's nicht gedacht, ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gedacht, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. W crabb!